Musik Herzlich Willkommen in Birkenau, der Gemeinde mit einem vielfältigen Angebot für Jung und Alt, in der wir unsere Gewerbetreibenden fördern und unterstützen. Wir bieten Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kostengünstige Kinderbetreuung, hervorragende Schulen wie auch eine internationale mehrsprachige Schule in der nahen Umgebung, zahlreiche Vereine, unter anderem auch mit Olympia- und Weltmeisterschaftsteilnehmerinnen und Teilnehmern, ein Freibad sowie sehr viele Outdoor-Möglichkeiten durch unsere idyllische Lage. Die beste Auslandslage also für eine wunderbare Work-Life-Balance. Ihnen als Unternehmerinnen und Unternehmern bieten wir den Raum und die Unterstützung, sich frei zu entfalten. Selbstverständlich steht Ihnen auch ein Breitbandnetz mit Glasfaseranschluss für Ihr Zuhause und Ihr Gewerbe zur Verfügung. Durch einen Gewerbeverein mit international allierenden und auch in Ihrer Branche hoch angesehenen kleinen und großen Gewerbetreibenden finden Sie das ideale Forum für einen qualitativen Austausch. Gerne stehe auch ich Ihnen für einen Austausch persönlich zur Verfügung. Birkenau ist durch seine optimale Lage in der Wirtschaftsregion Bergstraße sehr attraktiv, sowohl für Sie, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Ihren Kundenkreis. Die Autobahnen A5 und A6 sind in weniger als 10 Minuten erreichbar. In 20 Minuten erreichen Sie Heidelberg oder Mannheim und 30 bis 40 Minuten sind Sie in Darmstadt und in Frankfurt. Gehen Sie in Ihrer Freizeit in Unverpacktladen einkaufen, trinken Sie einen Kaffee in der Kaffee-Rösterei, genießen Sie ein Eis in einer prämierten Eisdiele oder andere Köstlichkeiten unseres gastronomischen Angebots oder reiten Sie in Ihrer grünen Idylle einfach mal aus. Dies sind auch hervorragende Voraussetzungen, um gut ausgebildete Nachwuchskräfte aus den nahegelegenen, hochdekorierten Universitäten für sich zu gewinnen. Sie sehen, Birkenau ist genau der Standort für Ihr Gewerbe, den Sie gesucht haben. Wir laden Sie herzlich ein, uns kennenzulernen und freuen uns auf Sie.